Am liebsten wenn es stimmt mit den Leuten mit denen ich spiele. Das heisst, dass ich die auf der Bühne irgendwie brauche, also ein Vertrauen zu denen haben muss. Dann macht es mir meistens Spass, weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefühlt ist, ist das irgendwo so ein wenig Spruch vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben, also irgendwie. Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Entschuldige. Aber ich habe mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir deinen Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber diesmal komme ich wirklich rechtzeitig. Versprochen? Versprochen. Bis zum Zweifel. Kostuck. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018